Eine bessere Welt schaffen wir mit erneuerbaren Energien. Stellen Sie sich vor, wie viele Möglichkeiten Sie uns geben könnten. Wind- und Wasserkraft, Biomasse und Photovoltaik. Mit diesen Energieträgen sichern wir eine bessere Zukunft ab. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Deutschland. Mehr als 31% beträgt heute der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Bruttostromverbrauch. Darüber hinaus setzt Deutschland ambitiöse Ziele für Entwicklung grüne Energien. Nämlich sei dieses Land auf dem Weg, das Niveau von 47% generativer Strom bis 2020 zu erreichen. So leistet Deutschland einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung. Was Russland anbetrifft, bewegen immer noch fossile, knapper werdende Brennstoffe. Aber schon heute sind einige großen erneuerbare Quellen vorhanden. Zum Beispiel fördert die russische Wasserkraft-Riese Russ-Hydro die Entwicklung der alternativen Energiequellen. Nur knapp 1% beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom- und Wärmeerzeugung ohne große Wasserkraftwerke gerechnet. Dabei könnte das Land zählen, dass vier bis fünffache des eigenen Bedarfs aus den Neubahnen denken. Je intensiver der Übergang zu den alternativen Energien führt, desto schneller erscheint die Welt zu uns gefällt. Bis zum nächsten Mal! b